Jo, Freunde, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es wieder ein richtig geiles Video mit dabei, so und schauen, was geht's! Moin und schreibt alle, steck Eierkopf in die Kommentare! Und Freunde, heute wird ein kleiner Junge alle Getränke, die es auf der Welt gibt, trinken und testen. Alle! Und weißt du, warum wir bei Candy Palace sind? Weil Alper alle Getränke fast hat. Wir müssen noch zu ein paar anderen Läden fahren und du musst die heute bewerten und den Zuschauern sagen, welches am besten schmeckt. Guck mal, was ist das? Hä? Mega Gummibär. Aber das kann man nicht trinken. Willst du erst mal einmal gucken, ob Alper da ist? Ruf ihn mal. Vielleicht hörst du doch gleich wieder... Ist er da? Hallo! Einlaufmusik! Hast du die Musik gehört? Was geht da? Hallo! Wie geht's? Moin, Alper! Wie geht's heute? Jungs, ich muss einmal ganz kurz nach hinten. Du kannst ja schon mal Getränke dir raussuchen, Anton, ja? Ja! Mach das mal. Ich muss einmal ganz kurz nach hinten. Ich muss mal einem was aus dem Rucksack holen, ja, Jungs? Geh du mal zu Anton, ihr macht das schon, ne? Okay, Freunde, wie ihr seht, ich bin jetzt gerade einmal kurz ins Lager gegangen. Anton und Alper sind gerade vorne und gucken sich schon mal um. Ich hab ja gesagt, ich muss einmal ganz kurz was aus dem Rucksack holen. Denn es gibt heute eigentlich ein komplett anderes Video. Wir werden heute Anton wieder komplett hops nehmen. Denn das eigentliche Video ist, ein kleiner Junge darf 24 Stunden lang nicht auf Toilette gehen. Und Anton wird das Ganze nicht erfahren. Und wenn er schafft, den ganzen Tag nicht aufs Klo zu gehen, dann bekommt er von mir 10.000 Euro. Also, ich werde ihm das aber noch nicht verraten. Denn ich möchte natürlich, dass er erstmal ordentlich was trinkt. Deswegen haben wir das ganze Video hier ein bisschen getan. Ihr seht, hier gibt es ganz, ganz viele Getränke. Und ich will erstmal, dass Anton irgendwie so ganz, ganz viel trinkt. Und irgendwann sage ich ihm dann, jo, Anton, musst du eigentlich mal aufs Klo? Und wenn er dann sagt, ja, dann sage ich einfach, haha, bei Apple, du darfst nicht aufs Klo. Wenn du aufs Klo gehst, verlierst du 10.000 Euro und ich gewinne. Ich bin mal sehr gespannt. Wir gehen erstmal nach vorne. Nur ihr wisst Bescheid, deswegen verratet das Ganze nicht. Und wir gehen mal nach vorne. Kevin, was ist das für ein cooles neues Handy? Konstantin, das ist das Red Magic 9 Pro. Das ist komplett neu. Das ist gerade erst rausgekommen. Schau mal, siehst du hier die Rückseite? Wir haben hier einfach mal so einen eigenen Ventilator. Das Handy hat quasi einen extra Ventilator. Er leuchtet sogar blau, wenn man da drauf zockt. So, Konstantin, du siehst, wir sind jetzt hier gerade in der Trainingshülle drin. Als allererstes siehst du hier hinten ist jetzt diese coole 9 angegangen. Weil es ja das Red Magic Pro 9. Du kannst auch übrigens mit diesen Tasten hier drücken, mal diese Taste hier oben. Du musst die gar nicht richtig drücken. Du kannst einfach nur mit dem Finger draufgehen. Siehst du, was da passiert? Und wenn wir jetzt hier einmal gucken, siehst du diese krassen Einstellungen? Wir haben das jetzt sogar hier auf ultra krass eingestellt. Auf darüber hinaus. Das heißt, das Handy ist gerade maximale Leistung. Kevin, das ist ein richtig krasses Weihnachtsgeschehen, oder? Das stimmt. Deswegen freuen wir uns schon mal vielen lieben Dank an Red Magic für das Zusenden von diesem coolen Handy. Und zwar hat das Handy ein komplett neues Design bekommen. Und ihr seht, der Bildschirm ist jetzt auch komplett ausfüllend. Der Ventilator hinten, der ändert seine Farbe. Das ist eigentlich ein perfekter Allrounder, wenn ihr Mobile Gaming Experte seid. Man kann damit nicht nur Brawlister spielen. Ihr seht gerade, wie Konstantin hier am Abrocknen ist mit seinen zusätzlichen Extratasten. Nein, das Handy sieht auch noch extrem geil dabei aus. Geht einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung. Checkt das Handy gerne mal kostenlos ab. Boah, Kevin, ich muss jetzt hier noch weiterzocken, weil dieses Handy ist so krass. Anton, ich würde sagen, du stellst dich jetzt einmal Augen zu hier vor und ich nehme jetzt einfach mal ein Getränk raus und du testest das mal, okay? Ich glaube, das ist doch toll. Das wird er mögen. Ohne Koffein, ne? Ohne Koffein. Gib das mal gerne einmal Anton. Und Anton, du testest. So, junger Mann. Und du gibst mir dann auch gleich eins und ich bewerte auch das nächste. Was könnte das sein? Boah, das schmeckt nach Pepsi. Unke, Marshmallow, sag ich herrlich. Was? Das ist Pepsi Marshmallow. Als ob du das jetzt erraten hast. Ey, müssen alle mal in die Kommentare schreiben, Anton ist krass im Raten. Schmeckt gut? Das ist geil. Aber kommt das an das A-Getränk? Nein. Okay, Anton, stell das du mal zur Seite auf. Wobei, du kannst das auch gerne austrinken. Trink ruhig mal aus. Ah, das wird er nie erraten. Das ist nämlich neu. Oha, das schmeckt aber lecker. Kommt das besser als dein blaues Red Bull? Nee, da ist aber gar kein Sprudel drin. Richtig. Das schmeckt ein bisschen wie Kirsche oder irgendwie sowas. Aber ich habe keine Ahnung. Gib dir mir einen Tipp? Es ist rot. Und es fängt mit M an. Und endet mit R. Monster? Richtig. Ja, aber welches? Oh, ich habe schon geguckt. Hä? Egal. Strawberry Lemonade. Ja, das ist krass. Ey, Freunde, ich muss euch noch mal kurz was zeigen. Ey, ihr könnt schon mal die nächste Sache aussuchen, ja? Ja. Ja, Anton, du machst Augen zu und du suchst ihm schon mal wieder was aus, ja? Genau, so machen wir das. Ich habe hier übrigens nichts von getrunken. Ich habe nur so getan. Hier ist noch alles drin. Ich werde hier nichts trinken, weil ich werde gewinnen. Oh, was ist das denn? Guck mir irgendwas mit Melone. Das ist Melone. Das ist Melone, Bruder. Das schmeckt mies geil. Nimm mal jetzt einen großen Schluck, Jungchen. Ja, ordentlich. Anton, du darfst gucken. Mango ist das. Jungs, ich muss noch mal ganz kurz was von hinten holen, ja? Was machst du denn die ganze Zeit da? Ich gucke eben, mein Handy ist ja hinten noch das andere. Freunde, ich habe noch eine Ultra-Überraschung. Und damit werde ich Anton total catchen. Ich habe euch das noch nicht gezeigt. Guck mal hier, Antons Lieblingsgetränk, das N-Ton-Getränk. Alper hat mir Bescheid gesagt. Der hat da ganz, ganz viele von. Und das werde ich als letztes auspacken. Wir machen jetzt noch einen Alibi-Test. Und wenn er das N-Ton-Getränk hat, dann werde ich ihm sagen, jo, wenn du die Flasche jetzt, das N-Ton-Getränk, auf einmal ausdrinkst, dann kaufe ich dir so ein ganzes Pack, 24 Stück. Und die fetzt er dann hoffentlich alle weg. Und dann muss er direkt aufs Klo. Und ich habe gewonnen. Und irgendwann verrate ich ihm dann, was wir eigentlich machen. Und, habt ihr schon was? Für dich? Ja. Mach Auge zu! Ich gucke nicht. Hallo. Willst du mich mit... Hör auf jetzt! Trink! Was trinkst du eigentlich die ganze Zeit? Hier! Schmeckt gut, oder? Ja, trink mal schön weiter. Ja, irgendwas mit Kokosnuss oder so, oder? Okay, da lagst du leider wieder falsch. Bist du dumm, oder so? Was? Milch und Joghurt? Ja, richtig. Bist du dumm, oder so? Mit Soda. Okay, so, wir kommen zur nächsten Sache. Anton ist wieder dran. Anton, Augen zu! Abonnieren und liken, oder bam! Anton, hast du Augen zu? Du kannst dich einmal umdrehen. Ich glaube, das hast du noch nie getrunken. Ich glaube, das wird ihm überhaupt nicht schmecken. Wenn du das errätst, dann bist du krass. Wir haben nur Getränke mit Öffnung oben. Nicht gucken. Du musst es erraten. Anton Getränk. Ja, sehr gut. Alpe hat es wieder. Kevin, du musst alle kaufen. Aber nur, Anton, nur unter einer Bedingung. Ich muss ins Lager. Stopp, nein, du darfst nicht ins Lager. Ich kauf dir. Hallo? Was machst du jetzt? Okay. Ich hab mich selbst selbst genommen. Anton, wenn du es jetzt schaffst, das auszutrinken, dann kauf ich dir die ganzen Enton-Getränke, die da sind. Oh mein Gott. Fetzt du es gerade weg? Er trinkt gerade auf Ex. Oh mein Gott. Ist da noch was drin? Oh mein Gott. Bist du fertig? Was hältst du davon, wenn ich dir direkt die originale Verpackung mitgebe? Zeig mir. Oh, wenn er das sieht. Oha. Aber Kevin muss die bezahlen, hoffe ich. Stopp, wo willst du hin, Anton? Musst du jetzt eigentlich schon aufs Klo oder nicht? Nein. Nee? Scannen. Freunde, diesmal hinter Alpers Kasse. Drückst du auf die 2. Wo ist 2 da? Komma. Wo ist Komma da? 5. 0. Preis. Preis. Und dann auf den Drink da. Drink. Genau. Und jetzt kannst du das so rüberziehen, bis du hier 24 hast. 60 Euro macht das einmal. Ey, hallo, hallo, ich hab kein Geld. Was? Ich hab ein AMG. Kann ich damit bezahlen? Ja, theoretisch schon. Mit dem AMG-Schlüssel, ja? Leg da rein. So, das ist jetzt mein Schlau. Mir hab ich das Gefühl, Anton macht keine guten Deals. So, Anton, wir sind zu Hause. 24 mal Anton Getränk. Ich würd sagen, du machst das jetzt hier einfach mal auf. Ich lass dich jetzt mal in Ruhe. Was? Du wolltest das doch alles austrinken, hast du gesagt. Ach so, ja, das mach ich. Ja, mach das mal. Und dann, ich lass mal die Kamera kurz hier. Und ich geh mal kurz ins Büro. Das dauert ein bisschen, bis du alles ausgetrunken hast. Du hast ja gesagt, wenn du das eine schaffst, dann trinkst du auch 24 aus, ne? Ja. Ja, das war der Deal. Okay, du machst das mal, ne? Ich schieb das jetzt dann in die Ecke rein. So, jetzt tue ich so, jetzt würde ich hier tot liegen, weil ich alles ausgetrunken hab. Hoffentlich sieht Kevin das nicht und dann hab ich noch alle Anton Getränke für zu Hause. Lol? Anton? Ja. Anton? Ich hab alle ausgetrunken. Hä, alles okay? Ja. Du musst doch so voll aufs Klo, oder nicht? Nee. Nee? Hä, aber das sind doch so alle Anton Getränke da in deinem Bauch. Ja, weil ich will mehr. Mehr? Aber, Anton? Was? Glaubst du, ich bin lost? Das ist doch noch komplett voll hier. Lass mich in Ruhe. Das ist doch ein anderer Vorrat. Anderer Vorrat? Ja, das war nicht das von heute. Oder, Maybrit? Ist es nicht? Nee. Hast du gesehen, wie Anton ausgetrunken hat? Ja. Okay, Anton, ich hätte gesagt, wir gehen aber jetzt nochmal los und wir holen... Prime, Ice Pop, Crunch und Limo, Lime und Blouse und für dich Gönn-Gönchi in Rot. Und du trinkst Power Raid. Und wir müssen das alles wieder erraten, okay? Ja. Dann lass das mal einmal holen. Was? Deine Hose ist nass. Ey, deine ist gleich nass, wenn du so weiter trinkst. Du machst dir in die Hose. Hm, da? Schon ein bisschen eingepinkelt. Hä? Ey, aua! Ey, hallo, aua! Punch! Aua! So, Anton, der nächste Getränketest. Wir sind bei Edeka, weil bei Alper gibt's kein Prime. Und ich hoffe, Freunde, uns wurde von Insidern gesagt, dass es hier noch Prime geben soll. Es ist so ein Geheimtipp. Deswegen, Anton, drück mal die Daumen. Ja, ich wusste das auch. Ach, du wusstest es auch? Ja, guck mal... Warum hast du mir nicht gesagt? Weiß ich nicht. Du, kleiner 1,30er. Ja, ich wollte das alles leer kaufen. Aha. Oh, komm, dann nehmen wir alles, jede Sorte einmal. Ja, und das Blaue. Dann würde ich sagen, nehmen wir die mit, ne? Ja. Ich nehme auch noch einen Gönner G mit, oder? Pover Raid. Willst du Power Raid dann nehmen? Ja. Okay, dann nehme ich welches... Dann nehme ich rotes Gönner G. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal zum Auto. Und dann gibt es wieder den Geschmackstest, ne? Ja. Okay, und wir pfeffern uns das jetzt ordentlich rein, ja? Ja. So, Anton, wir sind wieder zu Hause. Malbert ist hinter der Kamera. Und wir machen jetzt Augen zu. Und denk dran, du musst austrinken, ne? Das ist... Ich trinke auch aus. Eispop habe ich. Fühl mal an der Flasche. Vielleicht kannst du es erfühlen. Eispop, was hast du? Lemmolein. Okay, lass mal aufmachen und kosten. Ich habe Lemmolein. Augen auf. Warte, ich habe noch gar nicht gesagt. Ich habe das Rote. Nein, ich hatte wirklich Eispop. Oh mein Gott, ich habe es sogar erraten. Anton, wir müssen jetzt einmal austrinken. Okay, und los. Bist du ausgetrunken? Passt, ne? Ich habe schon fertig. Ich bin schneller Trinker. Jetzt bin ich fertig. Okay, gib mal her. Du hast aber einen guten Schluck genommen, würde ich sagen, Anton. Du bist eine Maschine. Alles ausgetrunken? Ich merke das, ist leer. So, die nächste bitte. Ich habe blau. Ich habe rot. Ja, ich habe blau. Oh mein, es schmeckt nach Kacka. Ich habe rot. Hä? Ich habe blau. Wir sind krass, Anton. Ey, ich bin krasser. Ich habe beides richtig. Okay, wieder austrinken. Ah, ich bin schon fertig. Ich habe einen Gigaschluck genommen. Zeig her. Nein! Ja, okay. War nur ein Scherz. Ah, ja. Ich bin fertig. Das ist total leer. Was trinkst du noch? Wir haben jetzt so einen Liter Prime schon getrunken. Keine mehr. Ich bin aber auch endlich fertig. Gib mal her. Nach 2000 Jahren. Alter. Oh, was ist das? Oh, ich weiß, was ich habe. Hast du eine Dose? Nein. Ich habe Powerade. Egal. Was lachst du wie so ein Auto? Nee, ich habe Powerade. Bist du doch. Nein, bist du dumm? Oh, das ist doch Gönner, G. Okay, Anton, lass mal beide testen. Jetzt wissen wir, ich habe Powerade. Boah, ich muss erst mal Pause machen. Ich habe schon so viel getrunken, ey. Alter, du trinkst ja immer noch. Was schätzt du, wie viel du schon... Oha, ey, der hat einen Zug drauf, der Junge. Du hast so drei Prime, nee, zwei Prime getrunken und jetzt so einen halben Powerade. Muss nicht mal langsam aufs Klo. Ja, ich kann auch nicht mehr. Wieso sagst du, dass ich aufs Klo muss? Naja, wir haben doch gesagt heute, wer als letztes aufs Klo geht, der bekommt 10.000 Euro vom anderen. Was? Habe ich doch gesagt. Du bist so irrenlos. Habe ich doch gesagt, als wir bei Alper waren. Nee, hast du nicht. Doch, da war ich doch im Lager. Da war ich doch bei Alper so dumm Kopf. Hä, ja, aber ich habe das ganz laut gesagt. Die Zuschauer haben das gehört. So, und jetzt hast du schön... Na, ich habe aber nicht, du Dummer. Doch, du hast das auch gehört. Du tust nur jetzt so. Was soll ich denn los? Ja, jetzt hast du so, dass die ganzen... Du trinkst ja immer noch weiter. Willst du verlieren? Ich habe jetzt eine Idee. Hä, wie geht das, Maybrit? Wie groß ist dein... Hä, du hast es ja gleich ausgetrunken nochmal. Hä, du musst gleich so aufs Klo. Du hast so... Du hast so ein... Dann picke ich dich an. So lust. Ja, trink mal schön aus. Ich will mich nochmal ganz kurz fragen. Also, du hast verstanden. Die Challenge ist... Wer jetzt erstes das ausdrinkt? Das war gerade die Challenge. Aber die Challenge war, wer als letztes aufs Klo geht, der bekommt vom anderen 10.000 Euro. Ach, wer als letztes auf die Toilette geht? Ja, und jetzt hast du so einen halben Liter Power Rate, einen halben Liter Prime und nochmal einen halben Liter Prime. Hä, du hast gesagt, wer als letztes auf die Toilette geht, dann pinke ich einfach in dieses Hell rein. Dann bin ich ja nicht auf die Toilette gegangen. Ne, das zählt nicht. Du darfst gar nicht... Du darfst gar nicht pinkeln. Digga, du bist so ehrenlos. Ich habe fast alles getrunken. Ja, ich ja auch. Ich prüfe das jetzt mal. Digga, du hast keinen Schluck getrunken. Hä, doch. So... Guck mal. Ich prüfe jetzt deine anderen Getränke. Ich habe die ausgetrunken. Top. Ey! Ey! Anton, das ist nur Illusion. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen zur Metro. Wieso willst du zur Metro? Weil ich sag. Kevin, die Zuschauer müssen jetzt in die Kommentare schreiben, du bist ehrenlos, weil wir müssen jetzt was anderes machen. Wir machen jetzt das, was ich sage. Ja, komm schon. Ich meine, du bist ja auch los. Ja, komm schon. Du hast ja gar nicht gefragt, was die Challenge-Quase ist. Ja, komm schon, komm schon. Sollen wir jetzt zur Metro, oder was? Hm, wirklich. Ich mache dann richtig ehrenlos, ehrenlos. Kabum, bum, bum. Anton, wo sind wir jetzt? Bei der Metro. Hier gibt es Dirty, Orangina, Forbro und noch Cabri-Sonne und alles Mögliche. Magst du Wasser? Ja, Wasser ist lecker. Okay, dann komm. Weißt du, wo wir stehen? Nee. Acht Liter. Ich sehe hier keine Acht Liter. Ja, und was ist damit? Ratsch mal, wer das jetzt kauft und trinkt. Du? Ich zeig dir gleich, was du damit machen musst. Warte. Du musst Jiggy Jaga Jugo Jackson trinken. Ja, und wenn du das nicht schaffst auszutrinken, dann kriegst du nur fette Bestrafung. Soll ich denn Acht Liter Wasser austrinken? Wieso? Habe ich doch gerade gecheckt, wie ein Jiggy Jaga Jugo Jackson. Und Kevin? Die Bestrafung ist schlimmer als deine Träume. Und das ist schlimmer als der Jiggy Jaga Jugo Jackson trinken. Ich gehe jetzt nach Hause und dann zeige ich dir, wie du das trinkst. Ja, ja, ja. Anton, warum sind wir jetzt nochmal hier im Supermarkt gerade? Ich kann wirklich, ich muss dir noch was ganz Spezielles zeigen. Und was? Guck mal, das sägen wir mit einer Säge ab. Und dann stecken wir das auf den Kanister und dann machst du so. Ich soll mit der Gießkanne trinken? Ja. Aber nur, falls Jugg Jugg nicht funktioniert, okay? Ja. Okay. So, Anton, wir sind jetzt zu Hause. Und was soll ich jetzt nochmal machen? Das habe ich dir schon achtmal gesagt. Chak, chak. Mit dem Ding hier? Ja, was? Oh mein Gott, das ist, Malbert, guck mal, das ist acht Liter Wasser. Nur mal einmal testen. Hihi, hihi. Anton, ich mache das jetzt hier einmal voll, die Gießkanne. Und dann kippst du mir die in den Mund. Anton, ich lege mich jetzt hin. Ich mache mehr an deinen Mund. Mmh. Äh. Mehr, mehr. Mmh. Du gießt mich einfach. Baste, schlau. Äh, Anton, es ist nass. Kevin? Ja? Nase zu. Wenn du das nicht schaffst, dann mache ich das. Was? Also nochmal so. Die Wasserpistole. Ja, trink. Ah, warte. Mmh. Kannst du noch? Oh, Anton, ich muss jetzt schon aufs Klo. Jetzt kommt die Bestrafung. Dreh dich jetzt rum. Nee, nicht von vorne. 3, 2, 1, 0. Oh. Nee. Ah, Anton. Ich gehe aufs Klo. Ich gehe aufs Klo. Geh. Also, mach die Tür zu. Ich muss aufs Klo. Kannst du das schon nicht mehr? Ich kann nicht mehr. 10.000 Euro Röhn. Jetzt Glück gehabt. Ich wusste auch die ganze Zeit. Und jetzt habe ich gewonnen. Gib mir Geld. Geh mal jetzt zur Seite. Kevin, ich muss jetzt aufs Klo. Ja. Kevin, du warst gar nicht auf Toilette. Das war viel zu schnell, oder? Freunde, ich habe Anton total Obst genommen. Ich war gar nicht auf Toilette. Der geht jetzt, aber hört ihr das? Ich glaube, der geht jetzt aufs Klo. Ey, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ich bin total nass. Ich gehe jetzt erst mal duschen. Ciao. Aber Anton hat verloren. Bis zum nächsten Mal.